Au man, jetzt habe ich echt einen Schreck bekommen und zwar habe ich hier ein kleines Video gedreht für nächste Woche. Da geht es um den Vergleich MFT-APS-C Vollformat mit der Panasonic G70, der A6400 und der A7 III. Und da hatte ich das kleine Mikrofon von Rode hier an der Jacke. Jetzt bin ich natürlich hier rumgelaufen, habe alles auf und abgebaut. Auf einmal fällt mir auf, dass der Sender fehlt. Der Empfänger hing noch an der Kamera. Und ich habe alles abgesucht. Ich habe das Wohnmobil abgesucht, weil ich mal kurz drin war, um mich aufzuwärmen. Dann bin ich um das ganze Fahrzeug rumgelaufen, habe den ganzen Boden nach diesem Sender abgesucht. Und dann ist mir aber relativ schnell die Idee gekommen, Mensch, der ist ja noch eingeschalten. Dann habe ich den Empfänger wieder an die Kamera angeschlossen und habe das Tonpegelsignal erhöht. Also ich habe die Lautstärke erhöht, dass das Mikrofon empfindlicher wird. Und dann bin ich rum und habe Geräusche gemacht und habe Hallo, Hallo gesagt. Und dann habe ich gesehen, ab wann der Pegel langsam das Ausschlagen anfängt. Damit ich das Mikro finde. Je näher ich dem Mikrofon gekommen bin, je eher hat das Ding ausgeschlagen. Und im Endeffekt habe ich dann hier gemerkt, es muss irgendwo im Wohnmobil sein. Dann habe ich hier mit der Faust auf dem Holzboden geklopft und dann hat es am meisten ausgeschlagen. Aber es war nirgends. Dann bin ich nochmal vorne in die Fahrgastzelle und habe da nochmal den ganzen Boden abgesucht. Immer wieder geklopft. Und ich habe gemerkt, wenn ich klopfe, schlägt es am lautesten aus. Aber ich habe es nicht gefunden. Und ihr seht, ich habe es in den Händen. Also muss ich es ja am Ende doch gefunden haben. Und wisst ihr, wo es war? Es war circa 50 Zentimeter unter dem Bus. Jetzt frage ich mich, wie es da hinkommt. Entweder ist es mir runter auf den Schuh gefallen und ich habe es dann noch gar unter den Bus gekickt. Irgendwie muss es ja gegangen sein. Auf jeden Fall habe ich es Gott sei Dank unter dem Bus gefunden. Und das ist auch die Erklärung dazu, warum die Klopfzeichen auf dem Holzboden genau über dem Mikro den meisten Ausschlag verursacht hatten. Aber ich habe mich jetzt wirklich gefragt, ob ich bescheuert bin. Ich klopfe da, es macht den meisten Ausschlag, aber ich sehe es nirgends. Und das lag wahrscheinlich einfach daran, dass es unter dem Bus war. So viel für heute am Sonntag. Mehr kann ich euch leider nicht bieten. Ich hoffe, ihr seid alle dabei bei dem Vergleichsvideo, welches demnächst kommt. Und außerdem, warum kommt so wenig Content momentan? Weil ich immer noch in dem Tierfilmprojekt von den Wildpferden Sardinen hänge. Da bin ich auch fast fertig. Also dann geht es wieder mit Vollgas hier weiter. Aber diese Tier- und Naturprojekte sind mir eben auch sehr wichtig. Deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr auch dieses Tiervideo unbedingt mal anschaut und vielleicht empfehlen könnt oder teilt. Danke fürs Reinschauen an diesem Sonntag mit diesem wenigen Inhalt. Trotzdem euch noch eine schöne Zeit. Und bis demnächst. Tschüss.